So, okay, yes, hier sind wir wieder zurück zum Mischief Makers und wir haben sieben Minuten den Boss bekämpft in der letzten Doppel-Episode. Ah, und heute geht's weiter und, ja, eine Cutscene. Okay, was geschieht da? Hieroglyphen, ein Auge. Rise, Justice Warriors. Okay. Was? Klar, wir... Okay. Sie labern irgendwas, was ich nicht genau... Was ich nicht genau verstehe, okay, das sind die drei Typen aus dem Intro, was ich gar nicht gezeigt habe, fährt mir grad auf. Na, egal, hier wird das wohl drei Oberlords. The Beast, Hector. Okay, wir haben einen Jarkal, einen Vogel und... Irgendwas anderes. Listen up, Marius. Was ist das so aufwendig? Oh my God, he's magic! Ah, Autokino. Er hat eine Art und Weise, mit der er irgendwelche Leinwände produzieren kann. Eviltayer und Marina are disrupting the Glanzer's Bees. I can't believe that the Megans were defeated by them. There are a lot worse than the Megans. Just look at the evil they spread. I'll show them some justice of our own. Bring them to me. Life! Okay, ähm... Die drei... Okay, der einen Erzuckungen. Ach, das wird unser erster Gegner, der Jaffal. Komm, sag's doch. I... I never forgives them! I destroy anyone, who gets to trace this planet... No, ma'am, das ist irgendwie grad ein kleines Missverständnis, kann das sein und Marina pfeift da vor und nicht hin. No, don't destroy them. Bring sie back alive! Ein Lunar will completely destroy them! Okay, der Typ dreht am Rath und ich glaube irgendwie werden wir gerade GANZ... NAHHAHAHAHAHA! Enough! I said alive! Okay, ich glaube wir werden gerade ganz übel missverstanden. The Gladiq Festival is getting closer! I'm really looking forward to attending this Festival. However, the prize has not yet been chosen. What should we do? Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo? Töte und rette die Bewohner, die die Bewohner tötest du. Stop, take it, bring the Prof hier to me! Now, give this to me! Uh, give this to Marina! Okay. Give the chair? That means she's surprised to be won! Idiot, ne? Das ist echt nicht die Hellsten, die Bewohner hier. Oh-o-o-o-o... What is this? It's an Invasion Card! Marina wurde auf den Atlantik-Fest gezwungen. Nein! Es ist Zeit für den Atlantik-Fest! Und der Probe ist der großen Preis! Prof, es scheint, dass dieser Planet viel in den großen Titanen hat. Hallo Prof, are you listening? Are you listening at all? Marina, du bist scheinbar auch nicht die klügste. Hey, it's a decoy! Ja, kluges Mädchen! What? Ein Brief! Oh my god, oh my god, oh my god! Klick, klick! What this? A love letter from me? Wow! Oh, sweet! A secret admirer! Um... Yep. You know, Marina. I've kidnapped Theo. Come to Snow Mountain if you want him back. Lunar! Nein! Not the proof! Okay, darf ich jetzt mal spielen? Wir verschwenden hier schon Minuten des Videos mit... Scheiß Viecher, die lachen! Äh, Minuten damit, irgendeinen scheiß Text zu lesen. Oh, ich will spielen, hallo! You've got to follow, girl! I punish you, it's my burning face of justice! Die lachen alle ziemlich scheiße hier in dem Spiel. Okay, ist egal. So, dürfen wir jetzt endlich mal anfangen! Nach vier Minuten ungefähr sinnloses Gelaber... Na gut, sinnlos war's nicht. Egal. Okay, Clan Bot! Shake! Und da sind zwei Bosse in dem Level, was zum... Hallo! Please run! Come on! Blablablabla! Aha, 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 aha. Stand on Tower Support. Okay. Gut, da hab ich aber nix drin. Also... Also Brick will das echt! Das kann ich hier noch mitnehmen! Ja, guck mal! Pff! Hehehehe! Shake, shake! Shake, 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 shake! Ahlalala! Ich seh schon, das wird eine nicht sehr ereignisreiche Folge. What the? Kann ich damit werfen? Waaah! Okay. Eine nicht sehr ereignisreiche Folge. Ah, da kommen Blumen raus, okay. Das heißt, ich muss die wahrscheinlich da reinwerfen, oder? Komm! Zack! Und... Zack! Moment. Wenn ich das hier hinlege, können dann auch die Kristalle da reinfallen? Shake, shake... Es ist keiner mehr da, natürlich! Natürlich! Egal, okay. Waaah! Was willst du von mir? Egal, okay. Egal, okay. Egal, okay. So... 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 Ach, scheiße! Ich brauche da nicht, oder? Äh, ich hoffe jetzt einfach mal ein bisschen! Was willst du? The Clan Board has a big secret! The secret is in mixing items! After placing items in it and shaking it, well, they will then mix together. Rezept for mixing. Four Bombs make a Clan Bomb. Two Flows make a Ninja Star. Aha. There are many combinations. Try any combo you want. Okay. Cool. Das ist wirklich unglaublich. Aber... Brauche ich jetzt nett. Nee, nee, nee. Brauche ich jetzt nett. Sag ich einfach mal. Okay, komm. Werf alles rein. Hier, ich nehm einfach mit dem Pot. Pot! Komm her! Ich buff das machen auch noch. Sehe ich gerade. Scheiße! Ich brauche eine Bombe! Hallo! Wirf! Wirf! Mann! Warte, ist das hier wieder voll aufgeladen da? Da kamen die Bomben raus. Nee, natürlich nicht. Scheiße. Kann ich das da rausholen? Ja, gar nicht. Mann! Okay, dann werfen wir Bomben rein. So. So. Nummer eins. Lalalala. Nochmal zurückgehen. Oh, Mann. Oh, das ist ja eine voll ereignisreiche Episode. Oh, du Scheiße! Und ich mach... Okay. Es passiert nichts! Was zum... Okay. So. 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 Aha. Aha! Okay. Shake, shake! Let's mix it, baby! Okay. Super. Jetzt einfach gegenwerfen. Ne, scheinbar nicht. Nein. Achso, warte. Moment. Oh, nein. Stell dich drauf. Schwack. Boom! Holy shit, yeah! Alles kaputt gemacht. Okay. Blümchen, Blümchen, schalalalalalala. Shake dich. Shake, 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 shake. Genau, warte. Geht das auch? Ach, das wär jetzt mal interessant. Krieg ich dich da rein? Shake, shake. Tatsächlich. Okay. Lalalalala. So. Und das noch rein. Muss ich jetzt überhaupt machen? Ich hab keine Ahnung, aber das ist lustig. Yeah, wir werden Zauberer und mixen uns komische Sachen zusammen. So. Und du auch noch. Blümchen. Jetzt weiß ich, wie die scheiß Blumen da sind. So. Willst du mir was geben? Ja, zwei Blumen. Okay. Nein. 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 Okay. Hey, fuck off. Hier, guck mal da. Das halte ich von dir. Ich fahre nicht überhaupt ein Ski und werfe mir die Bomben ab. Okay. Was ist das? Okay. Ich wette, ich muss das irgendwie mit dem Ninja Stern machen. Oh, mix it, baby. Oh, yeah. Banana. Okay. Schön. So. Und jetzt gehen wir da hoch. Und sterben. Was ist das? Scheiß drauf. Irgendwie, das Level ist scheiße. Ähm, jo. Okay. Irgendwas interessantes hier noch. Da oben sind springende komische Glänzer, Leute. Da ist ein Dings, was mich nichts außerhalb des Levels bringt, sondern erstmal hier hin. Bam. Komm, ich muss mich an der Feste halten. Gib's zu. Ach, war so klar. Oh, shake, shake. Na, hör. Wui, und der... Ah, er kann auf Stachel springen. Interessant. Äußerst. Ja, okay. Ja, wenigstens haben wir noch ein Level geschafft. Hier war einfach zu viel Text und zu viel Störung und zu viel... Zu wenig Mischief Makers. Clans War. Hier sind zwei Bosse. Das macht mir ein bisschen Angst. Woah. Woah. Jetpack. Clanser. Viecher. Die explodieren, wenn ich auf dem Boden schweiße. Woah. Alles, ey. Es ist gonna explode. Okay, jetzt geht's hier richtig rund, ey. Wow. Okay. Ähm. Warte. Ähm. Was ist das denn jetzt hier? Wo bin ich gelandet? Ähm. Ja. Nein. Was ist das? Wo bin ich? Warum fliegen überall Bomben rum? Über werden Bomben schiffen. Woah. Ich fliege einfach überall. Alles weg. Woah. Marina. Marina. Guck mal hier. Ey, das klappt sogar. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Moment. Energie. Energie. Ich hab viel verloren. Gebt mir eure Energie. Okay. Die Viecher... Ach, das sind die Viecher, die Bomben anwerfen. Verstehe. Okay. Und... Ah. Okay, Moment. Ich greif die Bombe und... Bäm! Schmeiß ich damit selbst auf. Nein, geht nicht. Okay. Zack. Ähm. Macht dem das überhaupt was? Wir müssen ihm schon seine eigenen Bomben abwerfen. Ah. Okay. Bomb, 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 bomb. Was zum... Okay. Ach, das war ein... Ach, das war ein Endboss. Das war ein Endboss wieder mal. Drei Mal. Ja. Ja. Okay. Krieg. Jetzt geht echt der Krieg hier los. Was zum... Da oben dreimal. Viermal ein König nebeneinander. Ne, also dreimal und einmal untereinander. Na gut. Ähm. Und ich sehe, wir haben jetzt schon keine Zeit mehr. Scheiße. Okay, Leute. Das war Mischwiff Makers für heute. Wir sehen uns morgen. Ciao. Ciao. Wenn es da autonom ande ↑ forward... hier ist. Bei euch. Vielen Dank.